Nach operativen Eingriffen zur Brustvergrößerung, die sie 2017 zu einer erstaunlichen 32 S-Brust führten, entschied sich Martina Bick, eine weiße Frau aus Deutschland, für Bronnungsaufnahmen umstritten, um seinen Übergang zu einer schwarzen Frau zu erreichen. Meine erste Körpermodifikation begann im Frühjahr 2012. Ich hatte eine Nasenkorrektur, ich hatte Beine, Hüften und eine kleinere Größe, weil ich eine extreme Version von Barbie kreieren wollte. In der Vergangenheit war sie eine blonde Barbie mit weißer Haut, aber jetzt ist sie eine extrem exotische Barbie, sagte das 30-jährige Model aus Trier. Kostspielige Eingriffe um schwarze Haut zu haben neben der Farbe seiner Haut zu ändern, sagt Martina gaben Injektionen, gemacht ihre braunen Augen und dunklen lockigen Haar. Eingriffe, die ihn die Bagatelle von 57.000 Euro gekostet hätten. Als ich anfing, wollte ich nur etwas Bräune in der Sonne haben, wie die Farbe der Ferien. Der Arzt machte drei Injektionen im Januar letztes Jahr im Jahr 2017, aber nicht nur meine Hautfarbe verändert, meine Augenbraunfarbe hat meine Augenfarbe geändert geändert, mein großes Haar hat verdunkelt und jetzt können sie sehen, dass sie lockig werden wie die Haare afrikanischer Mädchen, sagt sie. Aus Martina Big wird Malaika Kupwa, ein echter Afrikaner. Big Martina trägt jetzt traditionelle afrikanische Kleidung und lernt Swahili. Vor kurzem kehrte sie von einer Reise nach Kenia zurück, wo sie ihre Fans traf und die Kultur lernte, zu der sie gehören möchte. Big gab ein sechsminütiges Video der Zeremonie mit dem Titel »Meine Taufe«, um eine echte afrikanische Frau zu werden. In dem Video kniet Big in einem weißen Kleid, während ein Beamter, ein afrikanischer Mann, über sie spricht. Irgendwann gießt er Wasser in Bigs Gesicht, als sie ohne Grund weint. Nach der Taufe erhielt Big die Swahili-Namen »Malaika Kupwa«, was bedeuten würde »Großen Engel«. Big hat seitdem mehrere Fotos auf Facebook gepostet, wo sie in den Dörfern, in denen sie reiste, neben Kenian einlächelt.